Hey ho Freunde des Lootlamas, willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Lama Squad Kanal, heute mal live aus dem Stream und zwar werden wir heute ein Video aufnehmen, wo ich ehrlich gesagt jetzt schon keinen Bock mehr drauf habe, aber Leute ihr seht es hier, ich habe auf Arabisch gestellt, wenn jetzt und ich machen jetzt eine Challenge, wo wir immer wenn wir sterben eine andere Sprache rein machen müssen. Und wir starten auf Arabisch, damit wir die Reihe einfach einmal komplett durchgehen können Leute und ich habe keinen Plan, wie die ganze Scheiße heißt, wir starten jetzt einfach mal, mit Nils zusammen natürlich. Ja, 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 moin Leute. Hey, am nächsten würde ich direkt sterben, ne? Dinger. Ein Feierzustimmungsgewehr. Oder er hat einen Schuh, ja, what the fuck. Ein Schuh, eine Lame, sagt Glockenze, Wot the fuck. Da hab ich auch 1e Munition. 1e und dann so ein komisches Kringelding. Bei meinem Schild, bei meinem, bei meinem, da ist hier einfach eine 1 und einen Punkt und noch ein Punkt und bei meinem Schild eine 0 und ein Punkt. Stopp mal. ähm, der Strich ist, äh, steht für 1, das wissen wir jetzt, Punkt ist 0, bei mir ist ein Gegner. Hier, hab ihn. 0 and 2. Also Strich ist 1, Punkt ist 0. Oh ja, ich war für dich. Dein ist schon. Wie viele Meter sind das, Nils? Kannst du mir das mal sagen? Äh, ja. Moment, das sind, äh, was ist das denn? Das sind 48 Meter. Aha, hast du gerade auf Deutsch gestellt, ich hab's gesehen. Kleine Peach, ey. Ja, Mann, ist echt ehrlich, ich stelle hier unten. Vereinstellungen, Arabisch. Oh, Gegner. Das sind echte Gegner, glaube ich. Ja, das sind echte, lass raus, lass raus. Ich will nicht für den Film, lass den Film machen. Na, 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 na. Da steht der, da steht der, da steht der, da steht der Film. Na, der rennt. Deutscher spielt auf Arabisch. Hat einen Hit, hat noch einen Hit, hat noch einen Hit, hat noch einen Hit, hat noch einen Hit. Das Shieldbreak. Bin zu uns auch, Gegner. Hauptsache bei der Waffenanzeige steht eine 7, aber wenn ich auf der Waffe bin, steht da irgendein komischer Strich. Shieldbreak. Wow. Ich glaube, wir spielen ab sofort einfach immer auf anderen Sprachen, da sind die Gegner Arschloss. Eigentlich schon, ne? Oh Gott, wie viel Muni habe ich denn? So, jetzt, du, weiter, guck mal, ob wir noch Vergegnung finden, ne? Ihr kommt, wir gewinnen, das gewinnen, doch, warte, wenn wir gewinnen, müssen wir die Sprachen nochmal wiederholen. Oh Gott. Wow. 25 Wieten der Affen. Hahaha. Da komm, da komm, da kommts. Ich weiß, ich möchte nicht nur 53 Munitionen. Ne, ich hab nur 53 AR-Munitionen, ne? 50 Wieten der 06. Wie viele Metz habe ich denn überhaupt, ey, ich seh das ja nicht. Ja, wenn du es kommst, kommst du nicht, dann gehst du nicht. Ich bin auch hinter dir, du treu, ich bin auch unter dir. Oh Gott, ich hab nicht, ich weiß nicht, ich bin auch 50. Ich komm nicht pushen grad, weil ich lobe. Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich mich hier, ich hab, das krass. Ah, nein, 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 nein. Ich habe doch Viereck ich drück ich habe glaube ich 17 also ich meine ich kann die sprache noch immer nicht entziefern aber ich glaube schon 26 also direkt ein gesnipet hast sprache wir machen einfach nur hin wir eigentlich müssen wir sterben keinen bock noch weiter mit arabisch zu spielen extra sterben ich habe gerade hit bekommen von irgendwo ich hab auch ein game lag komplett bei mir gar nicht auch die haben die drum kann ich meine sprache wechseln ich hab ein auch ich hab eine drum gun ich muss mich heilen weiß ich nicht 107 irgendwie sowas dann ist das scheinbar neun ich mag sie mal one shot habe ich dachte ich hab ihn gesniped noch mehr ich glaube ich bin tot ja die kommen ich jetzt hier gerade zu zwei pusten glaube ich ja ich komme so sofort noch ja bei mir ja der ist jetzt genau vor mir die katze ich merke gar nicht dass wir auf deinen lobbies spielen das ist deine lobby der rechts ist ein du und der vorne ist ein du ja natürlich ja auf mich auch ja die treffenden baum die treffen mich die nach jetzt kommen die von hinten hoch noch auf uns abends hoppela habt ihr uns nicht verhindern können also leute ich sage euch so viel wenn das die direkten win wird dann lade ich das video so hoch und wir machen noch ein video mit einer anderen sprache nils wenn das hier wird leute wenn das ein win wird dann haben wir die challenge direkt gewonnen leute und ich lade es einfach so hoch da ist runter gesprungen anfang hört der ist direkt da ich liebe noch nicht scheinbar noch sechs ich bin noch die kam einfach in mich rein auf einmal bei meiner leiche nein als ob bei mir liegt und dann noch dran wo ist jetzt die ruby die wurden gerade getroffen er ist runtergefallen wer hat er keinen falschen bekommen das ist bisher das sind bisher die einzigen guten gegner das kann es nicht sein das kann es nicht sein das kann es nicht sein leute ihr wisst gar nicht wisst ihr leute nils und ich wir spielen demnächst nur noch auf arabisch wir versuchen den ganzen tag im sieg zu holen oder spielen wir einmal auf einer anderen sprache und da ist er aber ich würde sagen das war es erstmal für das heutige video wie gesagt wir nehmen jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar andere videos auf ja und schau leute